Es wird gefilmt! Spannung steigt bald, kommen Sie bitte vor die Spielzeuge! Vielleicht, das heißt in einer Viertelstunde sind die ersten Fahrzeuge zu erwarten. Drei Viertel drei hat es geheißen, Sie werden sogar da erscheinen. Ein paar erklärende Worte über den Grand Prix der Sparkasse Pottenstein am Hauptplatz. Und zwar sind hier vier Zeichen genau einzuhalten. Und zwar der erste auf zwölf Meter. Diese zwölf Meter müssen in fünf Sekunden gefahren werden. Noch mal, zwölf Meter vom Startrampeweg zum ersten Schlauch. Das sind circa zwölf Meter in fünf Sekunden. Die zweite Wertung, das sind circa 100 Meter Vorzeit. Die 100 Meter sind in 34,5 Sekunden zu fahren, bitte. 34,5 Sekunden. Also wir reden hier von 10... ... Na und? Steigt die Spannung schon? Na ja, die Nervosität ist ja nicht mehr zu betroffen. Aus Miklberger Fanklub. Miklberger Fanklub? Der Miklberger ist ja da, oder? Damit ist eigentlich der Experte für das Oldtimer. Der kann da ein bisschen was genauer dazu sagen. Der Grabrie-Experte. Der Grabrie-Experte von Berndorf. Der Grabrie-Experte von Berndorf. Ich bin nicht der Rollstuhlfeld von Stein. Schau da rein und schau jetzt auf, wo die fürchten sie? 2016 habe ich vor einer Kamera. Das ist eine schlechte Kamera. Für mich ist das schon überall der Mikli. Ja, die Welle. Die Welle für Berger-Mikli. Das werden wir dann sagen. Armel, geht's noch? Armel! Ihr praktisch, der Miklberger ist ja da der Lokal-Mattertor, nicht? Lokal-Mattertor, unser Mikl, klar. Sicher. Und hier der, glaube ich, auch in der Stoßmasterschaft. Und eigentlich schon wird er wieder werden. Wird er wieder werden. Dann holt man die Dame, nicht? Er kommt, glaube ich, gleich als Erster da rein gefahren. Und die Welle! Armel! Da haben wir jetzt den Lokal-Mattertor, ein Miklberger. Michl, wie geht's? Wir sind unterwegs. Danke. Alles bestens. Es läuft gut. Gestern waren wir 5. Mit dem können wir sehr gut leben. Super. Gratuliere einmal. Vielleicht können wir mit der Frau Bürgermeister geschwind ein Foto machen. Bitte. Frau Bürgermeister. Danke. 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 Das war's für heute. Und Herr Gemeinderat, wie gefahren es dir? Danke, sehr gut. Bist du zufrieden, dass die in Boten stattdessen sind? Ich hätte gern da anfangen, die war mir egal, die nehmen wir beim Kleinen da. Irgendein Spielzeug, mir wurscht was. Ja, der Kleine, den bringt man bald mal runter. So für den dörflichen Gebrauch. Da haben wir insames Pipo. Ein alter Oldtimer-Fahrer, kann man jetzt schon sagen. Was sagst du dazu? Die Vorzeige, sehr schön. Ich meine, Apfiker Schwimmen sind es keine, nicht? Nein, aber sie können auf der Straße fahren. Ja. Achso, du kannst doch Schwimmen auf der Straße. Ja, genau. Toilette, bitte. Hier gerade ein... Das ist ein Bestand. Das ist ein Bestand. Das ist ein Bestand. Wie wir es besprochen haben. Wir lösen da beim Greil im Eck mit 0 aus. Fahren vor der Sparkasse den ersten 5. Fahren dann über die Straße drüber. Den nächsten, das wird sicher ein Kriterium mit 34,5. Halbe Sekunde. 41 der vierte und 45 der letzte. Und sind das Schläuche oder... Das sind Schläuche. Das sind Schläuche. Das sind Schläuche. Wir bleiben dann vor der Nachrang, also vor der Vorrang geben stehen. Und haben dann noch eine Minute 15 Zeit bis zum Wegfahren. Okay. Ich glaube, da könnte eine Minute 15 Zeit sein. Wunderbar. Wir haben da Michael Berger. Entschuldigung, war euch der Unterbrich. Der Michael Berger ist Staatsmeister. Regierender Staatsmeister. Und ich glaube, führend im heiligen Jahr auch wieder. Was da rauskommt, kann man noch nicht wissen. Aber ich glaube, du liegst ganz gut dabei, gell? Wir liegen mit... Wenn wir die Höllental jetzt schon dazu rechnen, was man nicht soll, weil nicht gelegte Eier soll man nicht essen. Wir liegen gestern in unserer Klasse wieder länger in Führung. Ja, da gratuliere ich. Danke. Du bist ja gebürtig. Du bist Bottensteiner. Tristing Toller. Wir von Tritox sind ganz stolz auf dich. Und halten da alle Darm. Weißt du eigentlich, dass du da einen Fanclub hast? Ich habe es fotografiert, ein ganzer Haufen da. Ich wollte es erst geglaubt, die sind für den Gerhard Berger da, aber der fährt da nicht mit. Da müssen sie für den Michael Berger da sein. Berger-Fanclub. Das sind meine Freunde aus Bern. Wir haben da auch wieder Nachricht drauf, aber das siehst du dann im Film. Alles klar. Danke. Und viel Erfolg noch. Dankeschön. Nacht. Ist auch eine Kinderstrecke. Lには die Erlöserin. Musik Musik